In diesem Teil des Kurses möchte ich noch kurz auf das Thema Kesselgrundton eingehen. Schlägt man einen Kessel ohne Fälle und ohne Spannringe an, kann man folgendes feststellen. Je dicker der Kessel ist, beziehungsweise je mehr Masse er hat, desto höher ist sein Resonanzton. Und je dünner der Kessel, beziehungsweise je leichter er ist, desto tiefer ist sein Resonanzton. In den meisten Köpfen ist dies anders abgespeichert. Viele behaupten, je dicker der Kessel ist, desto in Anführungsstrichen dicker ist der Sound, also desto tiefer der Resonanzton. Das ist aber falsch. Ich zeige dir dies anhand eines einfachen Beispiels. Ich habe hier zwei Zylinder. Der erste Zylinder hat eine Lage Papier und der zweite Zylinder hat zwei Lagen Papier. Der dickere Zylinder, also der zweilagige Zylinder, hat einen höheren Resonanzton. Hör selbst. In diesem Beispiel kannst du den Vergleich zwischen einem dicken 14 Zoll Holzkessel mit Verstärkungsringen und einem dünnen 14 Zoll Holzkessel hören. Der dünnere Kessel hat einen tieferen Resonanzton. Dünne Kessel klingen darum oft auch recht voll, beziehungsweise erzeugen mehr tiefere Frequenzen, da sie weniger Energie benötigen, um zu resonieren. Das ist auch ein Grund, warum günstige Drums mit dünnem Holz vom Sound her meist nicht übel klingen. Neben der Masse, beziehungsweise dicke, spielt aber auch die Steifigkeit und der Aufbau der Holzschichten eine Rolle. Steifere Kessel haben ebenso einen höheren Resonanzton. Mehr Steifigkeit erreicht man zum Beispiel durch zusätzliche Verstärkungsringe. Durch die Ausrichtung der einzelnen Holzschichten, beziehungsweise der Holzfasern zueinander, wird ebenso die Steifigkeit und somit der Resonanzton beeinflusst. Mit vertikal verlaufenden Holzfasern wird der Kesselgrundton tiefer. Aus Gründen der Stabilität werden oft unterschiedlich ausgerichtete Holzfaserschichten in einer Trommel gemischt. Weiters verändert die Spannung des Materials den Grundton. Man kann sagen, wenn die Spannung im Material steigt, steigt auch die Tonhöhe. Das kannst du leicht testen, indem du zum Beispiel ein weiches Buchkaber nimmst und darauf klopfst, während du es biegst. Auch der Herstellungsvorgang hat Einfluss auf die Spannung. Das Holz wird mithilfe von Temperatur und Druck in Form gebracht. Das alles und die Abkühlungsphase des Materials spielen eine Rolle bei der Tonhöhe des Kessels. Eines musst du beim Thema Kesselgrundton aber verstehen. Der Ton, den man hört, wenn man den Kessel selbst anschlägt, bleibt nie gleich. Er wird bereits durch die verschiedenen Anbauteile, wie zum Beispiel durch Stimmböckchen, beeinflusst. Ohne Stimmböckchen und ohne Kesselhalterung hat in diesem Beispiel ein 13 Zoll Kessel einen Grundton von ca. 111 Hertz. Mit montierten Stimmböckchen und montierter Kesselhalterung ändert sich der Ton des Kessels von 111 Hertz auf 100 Hertz. In diesem Fall verhält es sich mit der Masse anders. Angebrachte Masse am Kessel macht den Resonanzton tiefer. Werden die Spannreifen angebracht und die Felle gestimmt, verändert auch dies den Resonanzton. Mit zunehmender Spannung des Felles übt der Spannreifen mehr Druck auf den Kessel aus und somit steigt der Resonanzton des Kessels wieder. In unserem Beispiel haben wir das Fell auf der Schlag- und Resonanzseite mittelhoch gestimmt und der Kesselgrundton wandert von 100 Hertz hoch auf 210 Hertz. Das Anschlagen eines Kessels ohne Hardware bzw. Felle gibt eine Basis bzw. eine Tendenz vor. Der Klang der Trommel wird geprägt, je tiefer oder höher die Basis ist. Diese Basis verschiebt sich durch das Anbringen von Hardware wie Stimmböckchen und Halterung und maßgeblich durch die Fellspannung. Wichtig zu wissen ist noch, je steifer ein Kessel ist, desto weniger wird sich der Resonanzton durch Änderung der Fellspannung verändern. Lass mich kurz das Thema Kesselgrundton zusammenfassen. Der Kesselgrundton ist abhängig von Masse, Steifigkeit und Spannung, den Anbauteilen an der Trommel und der Fellspannung. Ein hoher Kesselgrundton, den grundsätzlich dicke oder steife Kessel aufweisen, sorgt für etwas lautere Trommeln, da der Kessel weniger Energie absorbiert und somit mehr Energie im Fell bleibt. Mehr Energie im Fell heißt wiederum mehr Body Attack. Der Klang ist somit in Summe aufdringlicher bzw. heller als bei Kesseln mit sehr tiefem Resonanzton. Mit dünnen Holzkesseln erreicht man einen etwas leiseren und auch etwas weicheren Sound als mit dicken Holzkesseln. Ähnlich wie bei der Kesseltiefe, welche auch den Kesselgrundton beeinflusst, kann man grob sagen, dass die Höhe des Kesselgrundtons wie ein Equalizer wirkt. Ein hoher Kesselgrundton bewirkt weniger Lowend und mehr Höhen und ein tiefer Kesselgrundton hat mehr Lowend und weniger Höhen. Das Thema Kesselmaterial ist meines Erachtens unter Drummern eines der prekärsten und ich werde dieses Thema nur kurz behandeln. Während manche Drummer auf gewisse Holzarten schwören, finden andere Drummer die Materialauswahl kaum relevant. Die Wahrheit liegt wohl wie so oft irgendwo dazwischen. Wenn man einer Klangwelle verschiedene Kesselmaterialien überstülpt, wird der Kessel den Klang färben. Der Kessel bildet dabei einen Raum. Je nach Beschaffenheit hat dieser Raum wie jeder andere Raum auch Einfluss auf den Klang. Ich habe dazu einen simplen Versuch gemacht. Dabei habe ich eine Klangwelle von 1 Kilohertz in zwei verschiedene Kesseln gelegt und die Klangwelle über ein Grenzflächenmikrofon wieder aufgenommen. Der erste Kessel, den du zu hören bekommst, hat eine sehr raue Oberfläche und wirkt auf hohe Frequenzen absorbierend. Der zweite Kessel ist im Vergleich dazu eher glatt. Dadurch entstehen viel mehr Reflexionen innerhalb des Kessels. Das färbt natürlich auch den Klang anders. Du hörst nun die Klangwelle zuerst im rauen Kessel und danach im glatten, geschliffenen Kessel. Im glatten Kessel sind viel mehr Obertöner zu hören. Damit das Gehörte besser zum Bild passt, habe ich dir auch noch die Spektren der beiden Audio-Files dargestellt. Links die raue Oberfläche und rechts die glatte Oberfläche. Wenn es um verschiedene Holzarten geht, ist die klangliche Unterscheidung schwierig. Um Unterschiede genau feststellen zu können, bräuchte man exakt die gleichen Kessel mit exakt gleicher Herstellungsart und und und. Das hat man aber so gut wie nie. Bei Holzarten allgemein liegt der Unterschied hauptsächlich in der Dichte und in der Härte. Die Unterschiede der Dichte zwischen den gängigsten Holzsorten ist aber nicht so groß wie zum Beispiel der Unterschied zwischen der Dichte von Holz und Acryl oder Holz und Stahl. Das heißt, bei völlig unterschiedlichen Materialien haben ungeübte Ohren eher eine Chance, Unterschiede herauszuhören. Dazu bräuchte man aber auch wieder Kessel mit gleicher Bauweise, Volumen und und und. Was ich dir mit Sicherheit sagen kann, ist, dass du bei einem im Studio aufgenommenen Song nie sagen kannst, ob nun zum Beispiel ein Ahorn oder ein Birkenkessel verwendet wurde beziehungsweise nicht einmal, ob Acryl- oder Holztrums verwendet worden sind.